Ayurveda vegan. Ayurveda vegan bedeutet Ayurveda ohne tierische Produkte. Veganer Ayurveda verzichtet auf natürlich auf Fleisch und auf Fisch, verzichtet auch auf Milchprodukte, auf Buttergie, also Kuhgie und verzichtet auch auf Honig und andere tierische Produkte. Ist es möglich Ayurveda vegan zu betreiben? Natürlich ist das möglich. Die Inder sind immer gut anpassungsfähig und so hat es schon auch im alten Indien veganes Ayurveda gegeben, immer dann, wenn eben zum Beispiel keine Kühe da waren. Ayurveda ist anpassungsfähig, es gibt auch westliche Kräuter, mit denen man Ayurveda-Kuren machen kann und wenn du Vata, Pitta, Kapha regulieren willst, musst du nicht nur auf indische Gewürze und indische Kräuter und Heilmittel zurückgreifen, sondern es gibt ja Ayurveda inzwischen seit einigen Jahrzehnten und es gibt einige Ayurveda-Experten, die eben auch westliche Kräuter benutzen. Genauso auch in früheren Zeiten, als noch nicht so viel Handel in Indien automatisch möglich war. Dort gab es im Nordindien ganz andere Ayurveda-Präparate als in Südindien. Und zu bestimmten Zeiten waren die Inder ja auch nicht so vegetarisch und so gibt es auch in den alten Ayurveda-Schriften Aussagen, welches Fleisch und welcher Fisch bei welchem Dosha hilfreich ist. Ayurveda ist nicht notwendigerweise vegetarisch, auch wenn heutzutage die meisten Ayurveda-Kliniken in Deutschland und die meisten Ayurveda-Ärzte auch vegetarischen Ayurveda unterrichten, eben deshalb, weil in der indischen Hochkultur letztlich vegetarisch sehr geschätzt wird. So gibt es, natürlich muss man überlegen, wie kann man Milch und Honig ersetzen. Milch hat zum Beispiel, manche der indischen Ayurveda-Präparate werden in der Milch gelöst und mit Milch zusammen zu sich genommen und manche der Medizin wird in Honig verabreicht. Und manche der Standardpräparate sind auch mit Honig. Gut, manche vegane Ayurveda-Ärzte sagen auch, gut, Honig ist okay, insbesondere wenn es Ahimsa-Honig ist, der also so gewonnen wird, dass die Bienen nicht getötet werden dabei und dass sie auch im Winter einen Teil ihres Honigs selbst verzehren können und sie nicht auf Zucker runtergesetzt werden. Ja, aber wie ersetzt man insbesondere Ghee? Ghee hat im Ayurveda bestimmte Funktionen und so gilt es zu schauen, wie kann man Ghee ersetzen. Bei Yoga Vidya haben wir eine vegane Ayurveda-Oase und dort wird eben verzichtet auf tierische Produkte. Und wir haben eben festgestellt, dass die Wirkung von Ayurveda-Kuren sogar noch größer ist, wenn man auf Milch und Ghee verzichtet. Zum Beispiel Pancha-Karma-Kuren kann man statt tierischem Ghee kann man frisch gepresstes Leinöl nehmen und das wirkt dann sogar noch besser als Ghee. Ghee ist ja letztlich ein etwas belastendes. Cholestrin und gesättigte Fettsäuren, das ist für den Organismus nicht leicht zu verarbeiten. Die meisten Menschen, die eine klassische Milch-Ayurveda-Kur machen, die werden dann sehr viel Ghee zu sich nehmen und werden dann dabei auch sehr müde werden. Oft wird gesagt, das sind Reinigungserfahrungen. Und bis zu einem gewissen Grad mag es auch sein. Aber wir haben die Erfahrung gemacht bei Yoga Vidya, wenn jemand vegane Pancha-Karma-Kur macht, dann wird er feststellen, er hat diesen Durchhänger gar nicht so sehr. Er hat aber die gleiche Reinigungswirkung. Also man kann Ghee gut ersetzen, das hängt jetzt auch so ein bisschen vom Dosha ab, aber zum Beispiel durch frisch gepresstes Leinöl. Wenn im Rahmen der Pancha-Karma-Kuren. Wenn es notwendig ist, dass man letztlich Fette hat, die gesättigt sind, dann kann man auch Kokosöl nehmen. Und wenn es nötig ist, Milch zu haben, kann man auf Reismilch ausweichen oder für bestimmte Zwecke auch Sojamilch. Also es ist gut möglich, die Milchsachen zu ersetzen, genauso wie es möglich ist, Fleischsachen zu ersetzen, genauso wie es möglich ist, indische Gewürze oder indische Kräuter zu ersetzen, durch andere Kräuter. Man muss immer schauen, worum geht es im Ayurveda. Will man Vata, Pitta oder Kapha reduzieren? Will man die Amas ausscheiden? Will man Agni erhöhen? Und in welchem Datu will man Auswirkungen haben? Und so gilt es, geschickt umzugehen, um die volle Wirkung zu haben. Und Ayurveda muss eben nicht Milch und Ghee enthalten, sondern kann sehr gut auch ohne funktionieren. Wenn du mehr wissen willst über veganen Ayurveda, schau auf unsere Internetseite www.yoga-vidya.de querstrich Ayurveda und dann findest du viele Informationen auch über veganen Ayurveda.